Den haben wir als Nächsten da. Dich, wer du bist? Ich bin der Bruno aus Berlin. Kannst du ruhig mit dem Kuh in die Hand nehmen? Ich bin voll mit dem Kuh in die Hand nehmen. Also ich möchte nur ein ganz kurzes Argument für das bedingungslose Grundeinkommen als Menschenrecht liefern. Zuerst würde ich dieses Grundeinkommen global verstehen, also dass es allen Menschen weltweit zusteht. Und mein Argument ist sehr einfach. Inzwischen sind alle Ressourcen, die man zum Leben braucht, längst im Gewaltbesitz. Das heißt, alles gehört irgendjemand. Aufgrund dessen wird die Geburt zu einer unfreiwilligen Lotterie. Man wird eben arm oder reich geboren. Und allein aus diesem Grunde steht uns ein Grundeinkommen zu, den wir nicht zu debbeln brauchen, sondern das ist ein Recht. Wer wollte das sagen? Richtig. Richtig. Richtig.